Im Rahmen unserer 125-Jahr-Feier, die wir in diesem Jahr begehen, haben wir uns überlegt, dass unsere Straßenbahnen nicht anonym durch Oberhausen fahren, also hier von der Landwehr bis zum Neumarkt, sondern dass unsere sechs Straßenbahnen Namen bekommen. Dann hat ein Wettbewerb stattgefunden. Die Bürger der Stadt Oberhausen hatten mehrere Möglichkeiten. Einmal waren es Sternzeichen und dann war es, was auch sehr sympathisch gewesen wären, unsere sechs Partnerstädte in Europa. Und Zuschlag hat den Vorschlag bekommen mit den Stadtteilen. Das macht die Bürger auch stolz, wenn sie mit unserer Straßenbahn fahren. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich freue mich sehr, dass wir nach 125 Jahren ÖPNV in Oberhausen den Straßennamen, quasi den Namen zu den Ortsteilen auch geben. Das ist besonders schön, dass wir die Straßennamen wirklich auch entlang der Strecke benannt haben, von Alt-Oberhausen über Stürung, Stärkrade. Dann natürlich für mich besonders Osterfeld und Eisenheim. Ganz besonders bei dem heutigen Akt fand ich, dass wir drei Bezirksvertretungen gemeinsam auftreten. Und jetzt in meiner Rolle als Bezirksbürgermeister Osterfeld freue ich mich besonders, die Bahn Oberhausen-Osterfeld selbst mit taufen zu dürfen. Und das ist besonders schön. Und das ist besonders schön.